Jetzt zeigen wir euch, wie ihr einen Zwischenstecker, und zwar den TF100L, mit der GFA4-App verbinden könnt. Dafür solltet ihr bereits einen Taster eingelernt haben. Stellt sicher, dass der Lernmos entsperrt ist. Das geht, indem ihr euren eingelernten Taster viermal kurz und einmal lang drückt. Nun können wir das Licht wieder ausmachen. Und unter Geräte, unter Mein Zuhause, auf das Plus-Symbol tippen. Nun tippen wir auf Aus der Liste wählen. Und scrollen runter bis zum TF100L 230 Volt. Hier haben wir ihn auch schon. Nun tippen wir darauf und fügen ihn zum Raumbüro hinzu. Wir können ihn auch umbenennen. Ich nenne ihn in Licht um. Und tippe auf Weiter. Nun wird das Gerät angelegt. Wir tippen auf Weiter. Und es wird automatisch identifiziert. Das Anlernen war nun erfolgreich. Wir können jetzt wieder auf Weiter tippen. Und hier sehen wir auch unter Geräte, unter Mein Zuhause, unser Licht. Wir tippen nun darauf, scrollen runter und können es ausschalten oder auch ganz einfach einschalten. Liked das Video, wenn es euch gefallen hat und lasst uns gerne einen Kommentar, falls noch Fragen offen oder ihr Video-Wünsche haben solltet. Zeigt euren Freunden und Kollegen auch gerne, wie einfach euer L-Taco-System funktioniert, indem ihr das Video teilt.